Heute schneide ich Bambus! Aber ich habe keine Tatami-Matten. Es ist Herbst, also brauchen meine Tomaten die hier nicht mehr. Bambusstäbe. Okay, ich muss das stabiler machen. Ich mache einfach Wachs von einer Kerze rein, die ich gerade zerschnitten habe. Das ist wahrscheinlich ziemlich dumm. Okay, nicht perfekt, aber besser. Let's cut. Es ist glatt, aber nicht ganz durchgeschnitten. Oh, hallo Wettbe. Also, was ist hier schiefgelaufen? Erstens war der Bambus überhaupt nicht fest. Dann ist meine Haltung nicht perfekt. Und vor allem ist mein Katana ein bisschen stumpf, weil ich einfach zu viel Nonsens damit geschnitten habe. Wie eine Bierdose. Ich bestelle mir jetzt ein neues von japanischeskatana.de. Okay, ich kann mich nicht entscheiden. Also, vier neue. Was soll der Geiz? Lass ein Abo da, um meinem nächsten Versuch mit einem neuen Katana zu sehen.